der junge manuelsen hier live aus vienna ich bin hier im zehnten bezirk römer platz ok hier ist hinter bezirk römer platz und ich warte auf einen standort also aber dieser standort ist nur dinge ist nur formell ich weiß sowieso wo du steckst aber wenn du den leuten zeigen willst dass du ein hast dann schick wenn ich weiß sowieso wo du steckst deswegen machte keine sorgen kurban hier warst du doch gestern oder nicht wo bist du denn ich bin hier schick mir location oder komm hier hin wir sind in wien komm hier hier da wo die junkie sind da treibst du dich doch um oder nicht komm ran ich kann es ja zu 100 prozent beweisen ich habe um 6 uhr ich wollte mit dem privat treffen das und das er hat nicht nicht stand er hat nicht nicht getroffen und fertig versteht ihr euch habe zu ihm gesagt wenn du in wien bist er hat mir gesagt 50 minuten da wenn du in wien bist ganz einfach ich gebe dir standort was ist passiert warum blockierst du mich dann drei vier stunden warum und dann sagst du zu mir komm zum hauptbahnhof was über was durch beim bahnhof wo voll mit polizei ist ich schwörs euch jetzt ganz ehrlich leute ich frage ich hier als wiener wenn man am bahnhof eine auseinandersetzung hat ist dort nicht voll mit polizei ich frage euch doch nur ich frage ich hier leute aus wien ist voll mit polizei oder nicht versteht ihr ich kann nur sagen das ist einfach die wahrheit ich habe ich weiß jetzt nicht was ich noch alles hier machen soll ich mache mich derbe zum affen wegen diesem kackvogel auf jeden fall kommen wir sind hier in wien der will nicht rauskommen der labert da auf chemchem der ist komplett am ende wir haben aber auch eine kleinigkeit rausgekriegt die mir jetzt auch wieder so wiederum sagt dass er eigentlich eine arme nama kleiner scheißer ist und sich da leiten lässt aber um die angeblich kümmert kümmere ich mich wenn ich wieder im ruhrgebiet bin guck mal wir sind jetzt hier im millennium hier das ist das millennium ich glaube die wiener kennen das wir sind hier wir sitzen jetzt hier wir trinken was wenn einer vorbeikommen will ahla und sahla wenn er nicht vorbeikommen will soll er nicht vorbeikommen also das ist derbe affig alles aber was soll ich machen halt wissen ich meine so schuld sind ali osman und diese attila sind schuld die sind schuld aber dazu später dazu später wir machen uns jetzt einen schönen abend wenn einer vorbeikommen soll vorbeikommen also wir sitzen jetzt hier im millennium hier millennium tower und wir essen jetzt ein cheesecake wie heißt er bei alias essen wir ein cheesecake wer vorbeikommen